Schon hart. Was? Na, dass du so ein Dorfmädel bist. Einfach machen. Sonst funktioniert es nicht. Zumindest bei mir ist es so. Sag mal, hast du was zum Anziehen? Du sagst mir nie mehr, was ich zu tun habe. Was ist das? Es ist genau das, was die wollen. Was redest du da? Oh, wenn wir die Sache nicht gemeinsam zu Ende bringen, haben wir keine Chance. Es ist nicht meine Schuld, dass es vorher schief gegangen ist. Deshalb darf jetzt nichts mehr daneben gehen, klar? Ich weiß nicht, ob ich dir noch vertrauen kann. Ich glaube nicht, dass du eine Wahl hast. Ich glaube nicht, dass du dich geschützt hast. Ich glaube nicht, dass du dich schiefst. Ich glaube nicht, dass du dich schiefst. Ich hoffe nicht, dass du dich nicht schiefst. Ja, ich glaube nicht. Untertitelung des ZDF, 2020